Verliebt, verzwickt, verheiratet. Zugegeben, es ist nicht ideal, aber es passiert immer wieder. Wir verlieben uns in einen Mann, der schon vergeben, vielleicht sogar verheiratet ist. Die Liebe sucht sich ihre Landebahn nicht immer danach aus, ob sie startklar ist oder nur freie Sicht auf ein paar Meter zu bieten hat. Selbst wenn wir unsere Gefühle gut im Zaum halten können und unseren Verstand nicht vorübergehend in die Wüste schicken, wird es kompliziert. Die Liebe ist eine ganz wundervolle Sache, solange niemand dadurch zu Schaden kommt, auch wir selbst nicht. Einige Punkte möchten wir Dir in unserem heutigen Video zu diesem heiklen Thema zu bedenken geben. Wenn Dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für Dich hochladen. Nummer 1 Was sind Deine Absichten? Ja, diese Frage haben unsere Väter unseren Verehrern immer gestellt. Sie ist auch in diesem Fall berechtigt, denn schließlich steht eine Ehe auf dem Spiel. Vielleicht sind sogar Kinder involviert. Aber auch Du solltest Deinen Seelenfrieden nicht leichtfertig gefährden. Verheiratete Männer üben manchmal eine starke Anziehungskraft auf uns aus, vor allem wenn sie älter, erfahrener und erfolgreich sind. Sie stehen mitten im Leben, wissen, was sie wollen und punkten mit Souveränität, Charisma und Lebenserfahrung. Überlege Dir wirklich gut, welche Zukunft Dir mit ihm vorschwebt, vorausgesetzt er erwidert Deine Gefühle. Wenn er im Gespräch mit Dir ständig Frau und Kinder erwähnt, ist er im sicheren Hafen glücklich und wird wahrscheinlich nicht einmal offen für ein Abenteuer sein. Wenn die Chemie stimmt zwischen Euch, gehe am besten nicht leicht davon aus, dass er seine Frau für Dich verlassen wird. Das tun Männer in den meisten Fällen nämlich nicht. Selbst wenn sie es Dir hoch und heilig versprechen. Wenn Dir eine Affäre reicht und Du kein Problem damit hast, die sogenannte andere Frau im Schatten zu sein, kannst Du sicher einen vorsichtigen Versuch wagen. Doch bedenke in jedem Fall die Konsequenzen. Falls Ihr gemeinsam arbeitet oder er vielleicht sogar Dein Boss ist, kann eine Affäre, auch wenn sie gut läuft, üble Folgen für Dich haben. Und ja, Du kannst sicher sein, das Böse erwachen wirst Du haben und nicht er. In manchen Unternehmen sind Beziehungen am Arbeitsplatz sogar strikt untersagt und ein Kündigungsgrund. Für den Fall, dass das prickelnde Abenteuer nur von kurzer Dauer ist und unschön endet, solltest Du Dir die Konsequenzen unbedingt vor Augen halten. Nummer 2 Ja, er will. Was nun? Eine heimliche Liebe fühlt sich zu Beginn immer berauschend und mächtig an. Das Gefühl, sich mit seinem Liebsten gegen die ganze Welt zu verbünden und kein Hindernis zum Glück zu akzeptieren, ist wirklich und wahrhaftig ein emotionaler Höhenflug. Du wirst es genießen, heimliche Nachrichten mit ihm zu tauschen, Euch im Verborgenen zu treffen und ja, auch alle anderen einschließlich seiner Ehefrau an der Nase herumführen. Das Verrauschende an einer Affäre mit einem verheirateten Mann ist nicht die Eroberung an sich, sondern der Reiz des Heimlichen und Verbotenen. Aus diesem Grund übrigens scheitern so viele Beziehungen, die ursprünglich aus einer Affäre entstanden sind. Nun seid Ihr also ein Liebespaar. Wie soll es weitergehen? Sprich die Lager an der Front ruhig einmal an, wenn Du Dir mehr mit ihm vorstellen kannst als nur ein Abenteuer. Er wird Dir ziemlich sicher klar und deutlich sagen können, ob er seine Ehe hinter sich lassen will oder ob das für ihn keine Option ist. Im letzteren Fall musst Du ihm das bitte glauben. An den meisten Ehen hängt sehr viel mehr Gepäck als nur ein Trausschein. Kinder, Familie, gemeinsame Immobilien und, man glaubt es kaum, aber auch Gefühle sind bei langjährigen Verbindungen, die vielleicht im Alltag nur ein wenig eingeschlafen sind, durchaus noch ein Thema. Wenn er tatsächlich plant, seine Frau für Dich zu verlassen, schau Dir diese Entwicklung eine Zeit lang an. Du solltest keinen Druck ausüben. Das hat noch keiner Beziehung gut getan. Falls es aber auch nach Monaten immer noch bei blumigen Versprechungen bleibt, musst Du diejenige sein, die die Konsequenzen zieht. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst die Affäre weiterlaufen lassen, indem Wissen, dass es immer nur eine solche bleiben wird. Oder Du rettest Deine Würde und Dein Seelenheil und suchst Dir jemanden, der frei für eine gemeinsame Zukunft ist. Nummer 3 Geliebte auf Lebenszeit Wenn Du Dich für die Rolle der Geliebten entscheidest, musst Du mit Dir selbst einen Pakt schließen. Diese Existenz ist nämlich an ein paar Bedingungen geknüpft, die nicht verhandelbar sind. Du wirst zum einen aus gesellschaftlicher Sicht immer die Böse sein, egal, welche Furie Dein Liebster zur Ehefrau hat und wie schlecht sie ihn behandelt. Die Gesellschaft ist auch im 21. Jahrhundert noch immer moralisch auf der Seite der Ehe. Das muss Dir klar sein. Außerdem tretest Du als Geliebte alle Rechte ab, die eine Beziehung mit einem freien Mann so mit sich bringen würde. Du kannst ihn nicht zu jeder Zeit anrufen oder vor seiner Tür stehen. Wirklich für Dich da zu sein, ist ihm niemals möglich. Du wirst die Feiertage allein verbringen. Ein längerer Urlaub wird auch nicht einfach sein, außer er reist viel und nimmt Dich mit auf Geschäftsreise. Du hast in der Öffentlichkeit keinen Anspruch auf einen Platz an seiner Seite, sondern bist immer im Verborgenen bleiben. Er kann diese Affäre jederzeit beenden, ohne mit großen Nachteilen rechnen zu müssen. Du hast möglicherweise Dein ganzes Leben um ihn und Eure Liebelei herum arrangiert, Dich von Familie und Freunden distanziert, die dieses Arrangement nicht gut fanden oder Dich vielleicht sogar davon abhalten wollten. Im Job wird es, wie bereits erwähnt, wenn, dann für Dich Konsequenzen haben, für ihn eher nicht. Seine Ehefrau bekommt also den Status die Sicherheit und die Verbindlichkeit. Du bekommst romantische Treffen, deren Zeit und Ort ausschließlich er und sein Kalender bestimmen, teure Geschenke und schöne Worte. Die meiste Zeit jedoch werdet Ihr beide damit beschäftigt sein, Euer Geheimnis zu wahren. Die Ehefrauen wissen Statistiken zufolge, übrigens sind vier von fünf Fällen über eine Affäre ihres Mannes Bescheid. Sei also nicht überrascht, wenn sie eines Tages vor Deiner Tür steht. Unser heutiges Fazit Verheiratet verkompliziert alles Es ist leider so. Die Liebe muss sich freienfalten können und atmen, sonst erstickt sie. Wenn ihr von vornherein so heftige Beschränkungen auferlegt werden wie eine Ehe, wird das den meisten früher oder später wie eine Beziehung zu dritt vorkommen. Die Gewinnerin sind grundsätzlich immer die Ehefrauen. Sie haben das Recht und die Moral auf ihrer Seite. Die meisten Männer würden eine Scheidung allein schon aus finanzieller Sicht nicht in Erwägung ziehen. Auch hier sprechen die Fakten für sich. Als Geliebte hingegen ist Deine Position von vornherein so schwach, dass Chaos und Drama alles sind, was Du unterm Strich gewinnen kannst. Aber möchtest Du das wirklich? Soll der Sieg einer verbotenen Liebe wirklich die Zerstörung einer anderen Liebe sein? Wenn ein Mann für Dich eine andere verlassen hat, was sollte ihn davon abhalten, das erneut zu tun? Wenn Du eine Affäre anstrebst, genieße sie, solange sie dauert, und zieh Dich dann diskret zurück. Auch hier kann man seine Würde bewahren und sein Karma nicht mehr als unbedingt notwendig belasten. Wenn Dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden auf Facebook oder WhatsApp. Vielleicht befindest auch Du Dich gerade in einer ähnlichen Situation oder hast es schon einmal erlebt. Dann schreib uns gerne einen Beitrag in unsere Kommentare. Wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank, bis bald!